Hallo, ich bin der Christian Freislim. Hallo, ich bin die Ursula Theuerzbacher und wir sind vom Verein Lebensblüten. Und wir wollten euch hiermit ein frohes Weihnachtsfest wünschen und eine schöne Vorweihnachtszeit natürlich noch. Genau, und wir bitten euch, weiter bei uns dran zu bleiben. Teilt unsere Beiträge. Wir freuen uns weiter über jeden Beitrag, der uns ermöglicht, Hörblüten für Menschen in der letzten Lebensphase kostenlos herzustellen. Genau.